Ja, hallo. Heute möchte ich euch das Buch vorstellen, der Roboter, der Herzen hören konnte, von Deborah Instell. Ich habe dieses Cover gesehen mit dem kleinen Roboter und irgendwie habe ich gedacht, das möchte ich lesen. Ja, es sah so ganz so aus, als wenn Ma ja darauf anspringen könnte. Und nachdem sie dann noch die Artikelbeschreibung gelesen hat, wusste sie, ja, das ist es, das reizt mich dann schon sehr. Ja, es handelt von Ben, er, ja, die Ehe ist nicht mehr ganz so Töfte und eines Tages sieht er aus dem Küchenfenster und da sitzt vor der Pferdeweide ein kleiner Roboter. Das ist ein uraltes Modell und er sieht total ramponiert aus. Der kleine Roboter heißt Tang und ja, Ben hat mit ihm Mitleid, er holt ihn halt ins Haus. Damit vertreibt er seine Frau, die nicht gewillt ist, mit so einem blöden Roboter in einem Haus zu leben. Sie hat schon immer einen Androiden gewollt, aber nicht so ein hässliches, uraltes Teil. Okay, ja, damit ist die Ehe dann besiegelt, das heißt, man geht getrennte Wege und er steht jetzt da mit dem kleinen Roboter. Er entdeckt dann, dass der kleine Roboter ja so etwas wie so eine Ampulle in seinem Inneren hat und die verliert Flüssigkeit. Und er hat fürchterliche Angst, dass dieser Roboter, der ihm täglich mehr ans Herz wächst, kaputt gehen könnte. Er ist eigentlich so der Typ, der nicht zu Ende bringt. Er hat irgendwann mal angefangen, Tiermedizin zu studieren, hat es dann aber auch wieder aufgegeben. Er kommt einfach nicht so aus dem Quark und plötzlich muss er, wenn er den kleinen Roboter denn retten will. Und so reist er dann mit dem Roboter einmal um die Welt, damit er repariert werden kann. Ja, was sie dabei alles so erleben und wie es mit den beiden letztendlich ausgeht, verrate ich euch hier jetzt natürlich nicht. Ja, das Buch hat mich darüber nachdenken lassen, wie sieht unsere Zukunft aus, wie, inwieweit werden Roboter in unser Alltagsgeschehen mit eingreifen, wie menschlich kann ein Roboter werden, ist das wünschenswert oder eher nicht. Was hältst du davon, von der Idee, einen Roboter an der Seite zu haben? Das ist so eine Frage, mit der ich mich eigentlich nicht gerne beschäftige, aber mit der ich mich zu dem Zeitpunkt, wo Mar das Buch gelesen hatte, schon sehr intensiv beschäftigt habe. Und ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich merke es auch, dass ich mich dann doch schon mit meinem iPad unterhalte, mit Siri, vielleicht geht es euch genauso. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich drauf wäre, wenn da jetzt noch mehr Antworten, Möglichkeiten wären, ob ich ihn nicht zu meinem besten Freund erklären würde. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und natürlich werden wir uns in der nächsten Zeit immer mehr dieser Frage stellen müssen. Ich habe auch einige Dokus über Roboter gesehen und über Androiden und es ist schon auf der einen Seite sehr befremdlich und auf der anderen Seite, ja, doch irgendwo auch die Zukunft. Ja, und das Buch wirft ja halt auch solche Fragen auf. Darf man auch eine Maschine, die ja doch schon Gefühle irgendwo hat, darf man die ausbeuten oder darf man das nicht? Haben die also auch Recht auf ihre Stunden, wo sie in Ruhe gelassen werden? Oder kann man die wirklich 24 Stunden für sich beanspruchen, dass sie etwas für einen tun? Ja, ich stelle mir das natürlich auch ein bisschen komisch vor, wenn da ein Roboter ist, der Gefühle hat, er pillert sich also auch ein, wenn er Angst bekommt und er hat schon Gefühle und er hat Angst und er kann ungezogen sein. Und ja, er wird ja, oder ich kann mir vorstellen, dass so ein kleiner Roboter natürlich irgendwo auch mal den Platz eines Kindes einnehmen könnte oder eines Haustiers. Letztlich stellt sich dann ja die Frage, ab wann ist man wirklich, ja, ab wann hat man ein gewisses Level erreicht, an dem man Rechte bekommt oder einem eigentlich Rechte zugestehen würden. Wenn wir bestimmte Dinge einem Baby zum Beispiel geben, bestimmte Rechte, aber ein Roboter genau das gleiche kann und vielleicht eventuell sogar fühlt. Dann müsste es ja eigentlich die gleichen Rechte geben oder zwischen Hund und Roboter oder Katze und Roboter. Ich weiß es nicht. Es ist ein sehr, sehr heikles Thema, auf das wir jetzt ja langsam zuschlittern. Ich habe aber so die Befürchtung, dass ich mich in meinem Leben nicht wirklich damit beschäftigen werden muss. Die Befürchtung, oder bist du darüber erleichtert? Ja, ich fand es jedenfalls sehr, sehr spannend und auch interessant. Am Anfang habe ich mir gedacht, ist das jetzt wirklich so das Buch für dich? Aber es hat mich immer mehr gefangen genommen. Ja, wo ist eigentlich auch die Grenze? Was darf man lieben oder was sieht auch die Gesellschaft als… Liebenswert an? Genau, diese Frage, was ist normal, darf man Gefühle gegenüber einem Roboter hegen oder ist das schon bekloppt? Ja, das ist halt so eine Sache. Ich meine, wir werden uns vielleicht damit nicht mehr beschäftigen müssen, unsere Kinder, Enkel, Kinder, Urenkel vielleicht. Auf die kommen diese Fragen unwillkürlich zu. Aber ich meine, man kann diesen Roboter jetzt ja natürlich auch ersetzen durch ein Haustier. Wie viele Menschen haben ein Haustier, das auch den Platz eines Kindes einnimmt? Und da fängt es dann ja auch schon an. Da wird man dann ja auch mild belächelt oder auch für bescheuert erklärt. Oder natürlich gibt es die Menschen auch, die das total verstehen können. Außerdem ist es ja genauso, dass ja nicht nur Menschen altern, sondern auch Maschinen und ja, Maschinen gehören dann irgendwann halt auch zum alten Eisen und sind dann halt nicht mehr das, was gebraucht wird, weil jüngere Modelle auf den Markt kommen. Also geht es eigentlich auch um Altern. Ja, es geht um Altern, was ist halt schützenswert, worum muss man sich kümmern, worum sollte man sich kümmern. Ist alles, was alt ist, auch schlecht oder hat gerade das Alte vielleicht gerade besonders seinen Reiz? Ich finde, es ist jedenfalls ein Buch, das Herzen öffnen kann. Und es ist ein Buch, das ja doch mal wieder dazu anregt nachzudenken. Ja, über die Liebe vielleicht allgemein. Aber du hast ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzufinden. Du warst dir irgendwie, ich weiß nicht, das erste Drittel warst du dir nicht sicher, ob du es nicht abbrichst. Genau, weil ich wirklich nicht wusste, was soll ich jetzt damit anfangen. Aber wie schon gesagt, von Seite zu Seite entwickelte sich das Buch halt mehr. Und es hat mir dann zum Schluss, fand ich es eigentlich schon ein bisschen schade, dass ich die beiden irgendwann verlassen musste. Ja, wenn ihr einmal einen Blick so in die Zukunft werfen wollt und vielleicht sagt, ach Mann, das Thema Roboter ist ja vielleicht, ja, welche Frau interessiert sich wirklich für Roboter, aber... Naja gut, alleine durch dieses, wie Monde so silbern heißt es so, ich habe es angefangen zu lesen, irgendwie bei der Hälfte erstmal aufgehört, geht es ja auch um Androiden und um diese Frage, inwieweit menschlich, menschenähnlich und inwieweit Rechte halt zugestanden werden. Denn ich glaube, das wird auch in nächster Zeit viel, viel mehr thematisiert werden. Mir hat es jedenfalls sehr, sehr gut gefallen und wie gesagt, falls ihr euch mal mit dem Thema Roboter beschäftigen wollt und es ist ganz nebenbei ein wirklich ganz entzückendes Buch, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Schaut euch den kleinen Roboter mal an und er kann wirklich Herzen hören.